Martin Luther kommt nach Worms. Gut, vor 500 Jahren ist er auch schon mal da gewesen. Er musste sich vor dem Reichstag verteidigen. Mit seinen 95 Thesen hatte er die Reformation ausgelöst. In Kürze ist Luther aber wieder in Worms. Diesmal mit einem ganzen Truck. Die evangelische Kirche startet mit viel PS in das Reformationsjubiläum. Dieser Reformations-Truck ist ein Geschichtenmobil, das heißt ein großer LKW. Der dann aufgestellt eine große Ausstellungsfläche bietet. Man findet dort einige Bildschirme, auf denen Videos, Einspielungen zur lokalen Reformationsgeschichte angeboten werden. Man kann auf das Dach von diesem Truck steigen. Das wird gerade von jungen Leuten gut aufgenommen. Das hat funktioniert. Der blaue Truck ist quer durch Europa unterwegs, auf den Spuren der Reformation. Das 500. Jubiläum war auch Thema der Herbstsynode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Ich bin froh, dass zwei Städte unserer Landeskirche dabei sind. Dass hier Worms zuerst ist, das mussten sie natürlich wieder sagen. Aber das hängt damit zusammen, dass der Truck von Süden kommt. Und es lässt sich ja nicht leugnen, dass Hessen hermer und nördlich von Worms liegt. Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau begleitet das Reformationsjubiläum mit vielen Aktionen. Gott neu entdecken ist das Motto. Die Kirche setzt sich dabei aber auch neu mit Luther auseinander. Nicht alles ist gut, was der frühere Mönch gepredigt hat. So distanziert sich die Kirche klar von seinen Texten gegen die Juden. Das Verhältnis zum Judentum war Thema dieser Synode. Und die klare Ansage, Antisemitismus, Antijudaismus, lassen sich nicht theologisch begründen. Weil wir versuchen, diese Wurzel der Judenfeindschaft tiefer zu fassen, als nur an der Oberfläche von Antisemitismus zu reden. Dass das überhaupt wieder aufkommen kann, ist sehr bedrückend. Und man kann ja sagen, dass, ich bin jetzt mal so frei zu sagen, im Umfeld der AfD, man wird es dem Programm selbst nicht so nachweisen können, im Umfeld der AfD sind diese Wurzeln da. Und damit gilt es sich auseinanderzusetzen. Und es gilt sich tiefer damit zu beschäftigen, als nur an der Oberfläche. Und dazu gehört eben auch eine Aufarbeitung des christlichen Antijudaismus. Und da sind wir dabei. Da haben wir schon einiges geleistet. Und da bleiben wir am Ball. In einer Feierstunde betont die Synode das gute Verhältnis zum Judentum. Vor genau 25 Jahren hatte sie den Grundartikel der Kirche erweitert, um ein Bekenntnis zur Treue Gottes gegenüber den Juden. Der Grundartikel ist sowas wie das Grundgesetz der Kirche. Bei der Feierstunde waren auch der hessische Kultusminister Alexander Lorz zu Gast und Doron Kiesel vom Zentralrat der Juden. Ich denke, je besser man sich kennenlernt und Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede auch auszumachen versteht, umso besser besteht die Chance, gerade auch in Krisenzeiten, sich auf Gemeinsamkeiten zu beziehen und gemeinsame Perspektiven auch bei der Überwindung von Schwierigkeiten oder Differenzen auch immer wieder vor Augen zu haben. Zugleich ist am Freitag auf der Synode die diesjährige Martin-Niemöller-Medaille verliehen worden. Die höchste Auszeichnung der hessen-nassauischen Kirche ging an Martin Stöhr, einer der Gründerväter des Dialogs zwischen Juden und Christen in Deutschland. Ausgezeichnet war auch die Arbeit von Pfarrerin Lisa Neuhaus. Sie hat den ökumenischen Gottesdienstpreis bekommen. Anderes großes Thema auf der Herbsttagung, der Haushalt fürs nächste Jahr. Der Etat sieht im nächsten Jahr Ausgaben von fast 595 Millionen Euro vor. Das Problem, die Kirche muss auf ihre Rücklagen zurückgreifen. Die Kirchensteuer reicht nächstes Jahr nicht mehr aus. Bald heißt es deshalb auch, strukturell sparen. Solange die Einnahmen so gut waren, ist ein solcher struktureller Einsparprozess ungleich schwieriger zu kommunizieren. Das begreifen die Menschen nicht, verständlicherweise. Jetzt, wenn es tatsächlich eng wird, wenn wieder erkennbar wird, die Haushalte passen nicht mehr zusammen, dann ist die Bereitschaft, an so etwas mitzuwirken, mitzuarbeiten, sehr viel größer. Und darauf setze ich jetzt, dass jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist, schon mal diesen Start zu machen, um dann auch eine strukturelle Debatte auch in der Synode dann führen zu können. Trotz aller finanzieller Belastungen, die evangelische Kirche in Hessen und Nassau will auch in Zukunft von sich reden machen. Mit der Bibel auf einem Bierdeckel, mitten in der Kneipe, mit einer bunten Girlande Merry Birthday, um Jesus' Weihnachten mal etwas anders zum Geburtstag zu gratulieren, oder mit einem Film, bei dem wir locker alle Sorgen unter den Teppich kehren. Das ist die sogenannte Impulspost. Und die geht auch in den nächsten Jahren weiter. Das hat die Synode der evangelischen Kirche in Hessen und Nassau beschlossen. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass die Synode ein eindeutiges, wirklich klares Votum für die Impulspost abgegeben hat. Die Impulspost geht ja auf eine Anregung der Synode zurück, die irgendwann mal gesagt hat, wir wollen was haben, was auch wirklich Pfiff hat. Aber wir dürfen auch nicht in eine Selbstgefälligkeit zurückfallen, weil medial im Moment so viel in Bewegung ist. Da müssen wir aufmerksam bleiben und gucken, was unser Weg sein kann. Am Samstag ist die Herbstsynode der evangelischen Kirche in Hessen und Nassau im Frankfurter Dominikanerkloster zu Ende gegangen. Die 140 Delegierten treffen sich, wenn alles nach Plan geht, erst wieder im Mai zur Frühjahrssynode. Untertitelung des ZDF für funk, 2017